Applaus Vielen Dank, herzlichen Dank, vielen Dank, guten Abend. Applaus 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 Was in der Ukraine wirklich los ist, ich weiß es nicht, ich weiß nur eins, wir werden von allen Seiten massiv belogen, die Propagandamaschine läuft auf allen Seiten. Und eines habe ich gelernt aus der Geschichte, wenn der amerikanische Geheimdienst CIA sagt, es gibt unwiderlegbare Beweise, handelt es sich meistens um Satellitenfotos, auf denen ungefähr so viel zu erkennen ist, wie auf Ultraschallbildern aus den 80ern. Applaus Nur einer blickt durch das ganze Schlamassel durch, das ist mein Bundespräsident Gauck, der Präsident der Herzen, ich hätte gerne mal einen fürs Hirn gehabt, aber was wollen Sie machen? Applaus Applaus Das ist auch irgendwann mal gut, ich meine, das kennt man aus dem Schulhof, du hast angefangen, nee, du hast angefangen, das hilft ja auf Dauer auch nicht weiter. Applaus Kriege brechen aus, wir standen günstig damals. Applaus In diesem letzten großen Weltkrieg, sie haben 27 Millionen russische Soldaten ihr Leben gelassen im Kampf gegen das faschistische Deutschland. Und man darf vielleicht auch mal daran erinnern, dass Russland den Westen nie überfallen hat. In der ganzen Geschichte noch nicht. Immer hat der Westen Russland überfallen. Schon Napoleon musste bis Moskau marschieren, um die Russen aus Paris zu vertreiben. Es gibt noch ein Land, das noch nie seine Nachbarn überfallen hat. Eines der aggressivsten Länder, das wir überhaupt kennen, der Iran. Der Iran hat noch nie ein Nachbarland überfallen. Die sind immer von ihren Nachbarn überfallen worden. Aber da sehen Sie auch, wie perfide so Länder wie Russland und Iran agieren. Die zetteln Kriege an, indem sie sich überfallen lassen. Applaus Und mein Bundespräsident bringt es fertig bei der Gedenkrede zum 1. September, die 27 Millionen russischen Opfer mit keiner Silbe zu erwähnen. Aber in derselben Rede den Putin in eine Reihe mit Hitler zu stellen. Das ist große Staatsmannskunst, meine Damen und Herren. Da kann man stolz sein. Wie hat der Bundespräsident gesagt in dieser Rede? Weil wir das Recht stärken, nehmen wir es nicht hin, wenn Länder fremde Territorien annektieren. Da haben die in Israel kurz zusammengezuckt. Und die Palästinenser haben gedacht, sie kriegen jetzt deutsche Panzerabwehrraketen. Aber das war ein Interpretationsfehler. Mein Bundespräsident Gauck, die fleischgewordene Doppelmoral. Und wir nehmen uns die Freiheit, von der er immer sabbert. Wir liefern dem Assad das Giftgas und wenn er es einsetzt, sind wir böse. So sind wir drauf. Wobei das mit dem Giftgas muss ich zurücknehmen, bevor ich dahinter korrigiert werde. Meine Bundesregierung hat sie erkundigt, auch bei den Vorgängerregierungen. Das ist dann offiziell verkündet worden. Wir haben kein Giftgas an Assad geliefert. Deutschland hat zehn Jahre lang Komponenten für Zahnpasta geliefert. An Assad. Offiziell. Die haben sich nie gefragt, wie oft er sich da die Zähne putzt. Aber Komponenten für Zahnpasta. Sehen Sie mal. Wenn Sie so einen ausgemachten Quatsch auf der Bundespressekonferenz vortragen können, ohne mit der Wimper zu zucken, haben Sie das Zeug zum Regierungssprecher. Wenn Sie so einen ausgemachten Quatsch sich anhören können auf der Bundespressekonferenz, ohne in schallendes Gelächter auszubrechen, dann haben Sie das Zeug zum seriösen Journalisten und müssen nicht für die Lügenpresse arbeiten. Wir kommen zum ersten Preisträger des heutigen Abends. Wir beginnen diesmal mit der Kategorie Chanson, Lied und Musik. Der ausgezeichnete verbindet den Blues mit der deutschen Sprache. Es ist ein Rockmusiker, der unglaublich musikalisch ist und gleichzeitig beweist, dass man bei den Texten nicht auf Inhalt verzichten muss. Der Deutsche Kleinkunstpreis 2015 in der Kategorie Chanson, Lied, Musik geht an Stoppok. Die Liste der Probleme in diesem Land ist endlos. Wir haben 6 Millionen Hartz-IV-Empfänger, wovon zum Glück nur 3 Millionen arbeitslos sind. Der Rest hat einfach keine Stelle. Wir haben 7 Millionen Analphabeten, wovon zum Glück einige zumindest Abitur haben. 13,5 Millionen Menschen leben in Armut, hat es jetzt geheißen. Und ab dem Jahr 2030 dürfen die 40 Prozent der Rentner auf Altersarmut einstellen. Ja, dazu kommt jetzt auch der Mindestlohn. Wie das gehen soll, weiß überhaupt noch keiner. In der Zeitung stand, den Friseur wird keiner mehr bezahlen können. Ich wage mir gar nicht auszumachen, wie wir in einem Jahr alle rumlaufen werden. 12.000 Deutsche sterben jedes Jahr in diesen Krankenhauskeimen. Kennen Sie die? Die multiresistenten Keime, wo kein Antibiotikum mehr greift. Da erblasst der Ebola-Erreger von Neid. Und diese Keime können Sie in Afrika überhaupt nicht kriegen. Dafür müssen Sie sich extra in ein deutsches Krankenhaus begeben. Wir haben Probleme ohne Ende. Aber wenn die Deutschen mal in größerer Zahl auf die Straße gehen, dann demonstrieren sie nicht gegen multiresistente Keime, sondern für Multikultiresistenz. Das Volk nennt sich jetzt Pegida und kämpft tapfer gegen die Islamisierung des Abendlandes. in Sachsen. Tucholsky hat geschrieben, meine Sorgen möchte ich haben. Unser nächster Preisträger beherrscht die wirklich nicht kleine Kunst, dem Publikum den Spiegel so vorzuhalten, dass es ganz entzückt ausruft, ach, so kann ich auch aussehen. Er ist ein gebürtiger Franke, das heißt, er muss so sprechen wie Lothar Matthäus. Nur das, was Lothar Matthäus in den Beinen hatte, das hat er im Kopf. Meine Damen und Herren, wenn sich einer heute Abend über seinen Preis so richtig freut, von ganzem Herzen an ist es mit Sicherheit er. Der Deutsche Kleinkunstpreis 2015 in der Sparte Kleinkunst geht an Matthias Eggersdörfer. Das wunderbare Wirtschaftssystem, in dem wir alle leben dürfen, hat viele Namen. Manche sagen Kapitalismus, manche sagen freie Marktwirtschaft, andere sagen soziale Marktwirtschaft oder freie soziale Marktwirtschaft oder sozial-freie Marktwirtschaft, Schweinesystem genannt. Ich bevorzuge den Begriff Kapitalismus, weil da hat man was Konkretes, da weiß man worum es geht. In diesem Wirtschaftssystem gibt es zwei Dinge, es gibt Kapital und Arbeit. Man hat das eine oder das andere. Die einen haben das Kapital, die anderen haben die Arbeit damit. Sozial ist, was Arbeit schafft, asozial ist, wer die Arbeit schafft. Im Sinne von erledigt. Und konsequenterweise muss man Geld, das man mit Kapital verdient und mit 25% versteuern und Geld, das man mit Arbeit verdient, mit bis zu 45% versteuern. Das ist eine derart absurde Regelung, dass es sich nur um eine Religion handeln kann. In der Religion Kapitalismus gibt es zwei Götter, das ist Wachstum und Produktivität. Dagegen darf er überhaupt nicht sein. Wer was gegen Wachstum sagt, das ist ja kapitalistische Blasphemie. Wir brauchen Wachstum. Ewiges Wachstum. Ist schwierig, fragen Sie Rainer Kallmund. Aber man muss am Ball bleiben. Das andere ist die Produktivität mit immer weniger Menschen in immer kürzerer Zeit immer mehr herstellen. Und ich frage mich, wo wir das her haben. Doch nicht aus der Natur. Die Natur ist doch nicht produktiv, die Natur ist doch verschwenderisch. Ein Löwe. Der jagt eine Antilope. Dann frisst der bis er satt ist. Dann legt er sie in die Sonne und sagt, boah, war das lecker. Wartiert mir gut. Und dann wartet der bis der wieder Hunger kriegt. Der Löwe kommt doch nicht auf die Idee zu sagen, oh, ich habe für die Antilope jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht. Wenn ich mich ran halte, schaffe ich heute noch vier. Da kann ich morgen frei machen. Der Löwe ist doch nicht bescheuert. Der hat doch nicht BWL studiert. Im Gegensatz zum BWL weiß der Löwe ganz genau, wenn er heute fünf Antilopen fängt, kann er am nächsten Tag gar nicht frei machen. Da muss er einen Kühlschrank bauen, um die Sachen frisch zu halten. Am nächsten freien Tag muss er für den Strom arbeiten, um den Kühlschrank zu betreiben. Da muss das Haus drum herum gebaut werden. Das Haus muss bewacht werden. Und der Rattenschwanz hört nie wieder auf. Und der Löwe kommt nie mehr dazu, in der Sonne zu liegen und zu sagen, boah, war das lecker. Wartiert mir gut. Nur dem Menschen, der schon alles hat, dem kann man einreden, dass er jedes Jahr noch mehr Antilopen pro Jahr jagen muss. Damit er sich jedes Jahr das neueste Kühlschrankmodell leisten kann. Denn der Mensch ist nicht glücklich und zufrieden, wenn er in der Sonne liegt oder mit Freunden beim Bier sitzt. Nein, der Mensch ist nur dann glücklich, wenn er heute mehr hat als gestern, morgen mehr als heute und übermorgen mehr als morgen. Die Triebfehler dieses krank machenden Wirtschaftssystems ist, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht leiden können. Den nächsten Preisträger hingegen kann ich wirklich sehr gut leiden. Ich kenne ihn seit vielen Jahren, ich habe erleben dürfen, wie er sich zum gestandenen politischen Kabarettisten weiterentwickelt hat. Er hat Witze verstanden, er ist auf der Bühne immer charmant und hat trotzdem eine glasklare, eindeutige Haltung, wie man sie für das Kabarett braucht. Meine Damen und Herren, der Deutsche Kleinkunstpreis 2015 in der Spachtekabarett geht an Christoph Sieber. Vielen Dank. Danke sehr. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, es gibt Sätze, die kann ich einfach nicht mehr hören. Im Grunde ist es noch schlimmer, ich muss sie ständig hören, ich will sie aber nicht mehr hören. Sehen Sie, ich bin jetzt seit 32 Jahren im Kabarettgeschäft tätig. Und in diesen 32 Jahren ist mindestens einmal pro Woche ein Kabarettkunde zu mir gekommen und hat gesagt, im Moment sind aber auch tolle Zeiten fürs Kabarett. Seit 32 Jahren höre ich mir jede Woche mindestens einmal an, also so einfach wie im Augenblick, haben Sie es euch aber auch noch nie gemacht bei der Politik. Es gibt auch einen Satz, den kann ich nicht mehr ertragen, das ist der Satz, sozial ist was Arbeit schafft. Wenn noch einmal einer zu mir sagt, sozial ist was Arbeit schafft, dann sage ich, Hör mal, wenn ich jetzt eine dumme Hackfresse mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Wie sozial soll ich denn mal sein? Oder den Satz, den ich an meine Politikern so liebe, wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Wenn ich das schon höre, dann kommt der Deutsche und sagt, wir können ja nicht alle Menschen hier aufnehmen. Seit 30 Jahren verfolgen 6 Milliarden Menschen auf der Welt nur ein Ziel, nach Deutschland zu kommen. Wir können nicht alle aufnehmen, deshalb nehmen wir keinen auf. Alle oder keiner, das ist Deutschland. Sehen Sie für diesen Satz, wir können nicht alle Menschen bei uns aufnehmen, Sollte man ohne Umstände sofort zu zwei Jahren lebendem Slum von Calcutta verurteilt werden. Und zwar ohne Bewährung. Wir Deutsche sind ja die einzigen auf der Welt, die alles was sie haben ihrem eigenen Fleiß zu verdanken haben. Also wir Westdeutschen, jetzt müssen wir ein bisschen genauer werden. Ja, das müsste man diesen sächsischen Mitästern, Mitbürgern vielleicht nochmal erklären. Als die Mama aufging vor 25 Jahren, ist doch hier im Westen nicht nur gejubelt worden. Da ist doch hier im Westen über die Ossis genauso gelästert worden wie heute über die Griechen und die Spanien. Guck dir doch mal, wie das da aussieht, hat es damals hier geheißen. Guck dir das doch da mal an, was haben die denn da 40 Jahre lang gemacht? Die wissen doch gar nicht, was Arbeiten ist. Hier waren die Städte da auch kaputt nach dem Krieg, wir haben das ja alles wieder aufgebaut. Was haben die denn da gemacht? Guck dir doch mal die Städte im Osten an, da sieht er aus wie im schlimmsten Teil von Süditalien. Bloß noch mit dem scheiß Wetter dabei. Ja, sehen Sie, elend im Regen, das mag der Deutsche überhaupt nicht. Elend bei 40 Grad im Schatten, da fliegt der Deutsche hin, da kann er sich entspannen. Meine Damen und Herren, unser nächster Preisträger beherrscht die Sprache, er ist der Meister der Sprache und zwar nicht der Sprache der Worte, sondern auch der Sprache der Musik. Ein hochmusikalischer junger Mann, er ist mal heiter und mal böse, aber er ist immer elegant. Der Förderpreis der Stadt Mainz zum Deutschen Kleingunstpreis 2015 geht an Martin Zingsheim. Das ganz, ganz große Thema in diesen Zeiten ist natürlich die Schuldenkrise, meine Damen und Herren. Wobei, die große Sorge der Deutschen ist ja nicht, wie wir die 2.000 Milliarden Euro Staatsschulden zurückzahlen sollen. Die Deutschen haben viel mehr Angst, was passieren soll, wenn es jetzt gar keine Zinsen mehr gibt. Wie soll man denn noch eine kapitalgedäckte Altersversorgung aufbauen, wenn es keine Zinsen mehr gibt? Das ist doch, die Religion Kapitalismus lebt doch vom Wunder der Geldvermehrung. Sehen Sie, meine Oma hat früher eingemacht, was es im Schrebergarten gab, Erdbeeren, Birnen, Pflaumen. Ich sehe mich als Kind noch im Keller stehen mit diesen Gläsern, den Regalen, wunderbare Schätze. Meine Oma ist aber nie auf die Idee gekommen, dass das Zeug sich von selber vermehren könnte. Wenn der Deutsche aber Geld auf eine Bank bringt oder in eine Versicherung einzahlt, geht er davon aus, dass das von selber mehr wird. Wo kommt diese Idee her? Die Deutschen zahlen jedes Jahr Milliarden in Lebensversicherungen ein. Was glauben Sie eigentlich, was die Lebensversicherung mit dem Geld macht? Sperrt ihr das in ein Schließfach, da rammelt das und kriegt Junge? Hören Sie, wenn Sie 4% Rendite haben wollen auf Ihre Lebensversicherung, muss die Lebensversicherung doch jemand finden, der das Geld leiht und 7% Zinsen darauf zahlt. Denn sie wollen 4% haben, die haben Kosten und wollen selber auch noch was verdienen. Also muss einer 7% zahlen. Da muss dafür arbeiten gehen, das muss erwirtschaftet werden in der realen Wirtschaft. Und im nächsten Jahr zahlen die Deutschen wieder Milliarden in Lebensversicherungen ein. Da muss wieder ein Depp gefunden werden, das leiht und 7% Zinsen darauf zahlt. Anders kann das doch nicht funktionieren. Das Geld für sich arbeiten lassen ist doch Quatsch. Geld kann doch nicht arbeiten. Ist Ihnen schon klar, ne? Haben Sie schon mal versucht, einem 50-Euro-Schein eine Schippe in die Hand zu drücken? Menschen in der realen Wirtschaft müssen arbeiten, um die Zinsen zu erwirtschaften. Und den Haufen immer größer werden zu lassen. Und auf diese Art und Weise haben die Deutschen ihr Vermögen von 1980 bis heute von 2.000 Milliarden Euro auf 5.000 Milliarden Euro hochgeschraubt. Das Barvermögen der Deutschen beträgt 5 Billionen Euro. Das ist ohne Immobilien. Das ist nur das reine Barvermögen. Die Schuldenkrise wäre mit einem Schnips zu lösen. Sehen Sie, jeder von uns hat 25.000 Euro Staatsschulden. Das sind die 2.000 Milliarden Euro Staatsschulden. Und jeder von uns hat 60.000 Euro Barvermögen zu Hause auf der hohen Kante liegen. Ja, Sie auch. Sie müssen mal aufräumen. Das Geld ist jedenfalls da. Das sind die 5.000 Milliarden. Die sind halt schlecht verteilt. Das gebe ich zu. 50% der Deutschen haben überhaupt keine Ersparnisse. Das reichste 1% verfügt über 33% der gesamten Ersparnisse. Die reichsten 10% in Deutschland verfügen über 66% der gesamten Ersparnisse. Das heißt, in nackten Zahlen, die reichsten 10% verfügen über 3.200 Milliarden Euro Barvermögen. Die können die 2.000 Milliarden Euro Staatsschulden so begleichen und hätten mehr über, als der Rest im ganzen Leben mit ehrlicher Arbeit jemals zusammensparen kann. Ja, kein Einzelner, der das so sieht. Jetzt haben Volkswirte ausgerechnet, wie wir Deutschland entschulden könnten, ohne dass es Probleme gäbe. Und das wäre wirklich innerhalb des kapitalistischen Systems tatsächlich möglich. Wenn diese 10% reichen, wenn die die Hälfte ihres Vermögens abgeben würden, wären die Schulden so weit abbezahlt, dass der Rest machbar wäre. 50% müssen die abgeben. Nicht mal auf einen Schlag. Wenn die die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 5% abgeben, ist das Geld ja auch zusammen. 5% ist das, was die die letzten 30 Jahre jedes Jahr in Zinsen kassiert haben. Lassen Sie sich doch nicht länger für blöd verkaufen. Wir wollen nicht an das Vermögen von Menschen ran, für das die hart gearbeitet haben. Sie erinnern sich Zinsen? Da haben die nicht für gearbeitet, da haben die Arbeiter für gearbeitet. Wir wollen die Zinsen der letzten 30 Jahre, für die die Menschen in den Fabriken gearbeitet haben. Diese Zinsen wollen wir in den nächsten 10 Jahren wieder haben. Und dann ist Deutschland entschuldet. Und wir haben eine wunderbare Perspektive. Und es müsste keiner auf irgendwas verzichten. Denn wir reden von Menschen mit einem Barvermögen ab eine Million Euro aufwärts. Nur damit sie nicht meinen, dass sie betroffen sind. Und falls sie zu den Unglücklichen gehören sollten, ich finde noch heute Abend jemand, der mit ihnen tauscht. Meine Damen und Herren, der nächste Preistarier des Abends ist berühmt für seine Kunstfigur Heinz Becker. Die kennt wohl jeder, der schon mal im Kabarett war oder jeder, der schon mal eine satirische Fernsehsendung gesehen hat. Heinz Becker, das ist die Figur, die uns vieles mehr oder weniger schonend beigebracht hat. Der Ehrenpreis zum Deutschen Kleidkurspreis 2015 geht an Gerd Dudenhofer. Meine Damen und Herren, das war es schon wieder für heute Abend hier aus dem Mainzer Unterhaus bei der Preisverleihung zum Deutschen Kleidkurspreis 2015. ausgezeichnet wurden heute Abend hier auf der Bühne. Stoppok! Matthias Egersdorfer! Christoph Sieber! 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 Ja, ich habe einen verheiratet. Vielen, vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gernisch.